Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Days Gone. Jetzt werde ich kurz jemand rausnehmen. Holz sammeln. Das brauche ich. Des Weiteren ist die Frage, hier oben habe ich da irgendwie noch ein Lager? Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Grüne Daumen, die Fähigkeit beim Sammeln doppelt so viele Pflanzen zu erhalten. Erhöht die Reichweite von Überlebenssicht. Die Fähigkeit auf einen Nahkampfangriff, einen Pferdkampfangriff folgen zu lassen und enormen Schaden zu verursachen. Erledige kleine Gegner, nachdem du dich aus einem Kampf verfreien konntest. Ich verbessere die sofortige Erhöhung von Wirkungsdauer eines Ausdauercocktails. Konzentrierter Schuss. Drücke L2 bei Bezielen mit R3, um die Konzentration zu aktivieren. Die Zeit wird für einen Moment verlangsamt, sodass du präzise Schüsse abgeben kannst. Die Dauer der Konzentration kann durch Fähigkeitsverbesserungen und Neroindektoren, die in Nero-Kontrollpunkten gefunden werden, können verlangert werden. Das heißt, ich fahre jetzt zu dem Ziel. Also Herstellen tue ich ja hier drin. Okay. Jetzt habe ich da einen Schalldämpfer drauf. Da ist ein Strauch. Hier ist eine Bärenfalle. Okay. 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 So, sie kam's mit ihren Drücken. Ah, nee, geil. So, jetzt ist die Frage, ist hier irgendwas drin? Hm. Kommt ihr bis hier hin? Oh, hier irgendwie Sachen. Könnte nicht schlecht sein. Noch den Bolzen wieder. Ist das nicht so, wenn ich das Auto aufmache, dass es eine Lahmanlage ist? Schwarz. Der Schrott ist aufgefüllt wieder. Ist da was drin? Nein. Hier wieder der kleine Entdecker in mir. Überall reingucken möchte ich. Okay. Okay. Dann hat er jetzt hier die Pfeile nicht mehr auf, oder wie? Ich bin kaputt gegangen. Ich bin kaputt gegangen. Ich bin kaputt gegangen. Ich bin kaputt gegangen. Okay. Kann ich eigentlich Licht ausmachen? Da ist was in der Kiste. Ich habe eine Katze gehört? Nein, nee, eine Schrotflinte will ich nicht. Da macht die mehr Schaden, aber ich kann die auch nicht so gut in der Entfernung schießen. Komme ich nicht hier hoch? Noch ein Nero-Lager. Vielleicht ist in der MME was Brauchbares. Erst einmal Held speichern. Ich bin kaputt gegangen. diesmal auch gucken dass wirklich über all die dinger weg sind denn habe ich irgendwie ein zombie gehört ja die laufen da oben alle rum sechs schuss noch wenn da beide bolzen kaputt sind kann jetzt da hole ich gleich der sieht nicht mehr so gut aus eines erachtens sollten jetzt die ganzen dinge hier weg sein eine sicherung war hier nicht irgendwo benzin hier auf dem truck mme sicherheitskasten wenn ein neuro mme eine sicherung braucht findest du ersatz im neurokontrollpunkt ach verdammt die sicherung ist durchgebrannt jetzt sind wir im geschäft das sollte klappen ich hoffe einfach mal dass hier nichts ist wir haben grünes licht grünes licht ist gut endlich was haben wir denn so noch ein neurokontrollpunkt was ist hier passiert gehen sie zurück zu ihrem fahrzeug wir werden wir wir warten seit zwölf stunden hier ich habe zwei kranke kinder hinten drin wir brauchen wir haben kein wasser wir brauchen nur etwas wasser man gehen sie zurück zu ihrem fahrzeug gehen sie zurück zu ihrem fahrzeug jetzt hast du noch wasserflaschen gib sie ihr gib sie ihr danke gehen sie zurück zum fahrzeug wir werden bald weitere durchlassen vielen dank tut mir leid wirklich schließ ab was soll das denn was ist los ich habe sie angreifen sie lassen niemanden mehr durch das flüchtlingslager ist voll was sollen wir jetzt machen macht was ihr wollt aber ich habe einen plan hast du einen plan wovon redest du da ich verstehe nicht nein 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 was oh mein gott so viele menschen wie was er gesagt hat was ist das für ein ende von den kontrollpunkten eingekeilt bis der tot kommt das ist gut medizin ein injektor die haben hier wirklich alles gut auch so konzentration das ende der welt 25 prozent aufwachen dicken aufwachen Ich bin am Bike vorbei gelaufen Weil ich gerade überlege, ist es sinnvoller als schlafen zu gehen Weil es dunkel ist Und ich meine im Dunkeln sind die stärker Okay, uh, those kids Aber war das nicht, dass wenn man schlafen geht die Dinger alle neu spawnen? Ich weiß es alles nicht mehr Hier vorne kann ich noch Holz sammeln Es geht nicht weiter Okay, weg die Dinger Hau, hau, hau Det hier Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich suche Marion Fox nach der gesichteten Überlebenden. Das ist nicht sicher. Nach der gesichteten Überlebenden. Ja, ja, ja. Ich muss das infizierte Gebiet noch ausräuchern. Also ist das hier. Okay. Da sehe ich hier in der Scheune was. Da oben sind welche. Da habe ich mich erschrocken. Okay, hier ist nichts mehr, glaube ich. Hm, Schaden ist höher. Die Gehaltbarkeit ist geringer. Okay. 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 Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Das Nest. Mach ich mit Feuer weg, ne? Hm. Okay. Das erste Nest ist weg. Weg von fünf. Okay. 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 Ich bekomme jetzt einen Schuss. Okay. 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 So jetzt noch eins ist futsch. Wir gehen noch nach vier. Und da vorne ist das nächste. Ich komme hier durch die Tür. Ich bin hier nicht gerade vollkommen reingesprungen. Ok, der Taos habe ich auch durchsucht. Gehe ich mal kurz speichern. Ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, schau. Bis zum nächsten Mal.